Direkt vor unserer Haustür ist mehr los als man denkt. Man muss eben nur genau hinschauen. Bei der 28. Cottbusser Umweltwoche geht es deshalb um Natur- und Artenvielfalt und wie man das Ganze auch noch schützen kann. Das passt in Cottbus ganz gut. Wir haben uns seit einigen Jahren schon Gedanken gemacht. Was haben wir für Themen? Wir hatten Wasser, wir haben Boden, wir haben Energie gehabt. Natur- und Artenschutz hatten wir noch nicht. Da lag das nahe, dass wir das machen. Wir haben in Cottbus gute Erfolge mit dem Artenschutz. Bei bestimmten Arten, die wir hier zum Beispiel die Dohlen-Population, die wir in der Stadt haben, oder bei Mauersegler haben wir gute Erfolge. Und da bietet sich das an, in so einem urbanen Bereich auch mal über Artenschutz zu reden. Große Eröffnung ist wieder am Kaltiem Klinikum. Diesmal mit einem Fachvortrag. Seit langem mal wieder mit dabei ist die BTU Cottbus Senftenberg. Die lädt am Mittwoch zu einer großen offenen Vorlesung ein. Es geht da dann zum Beispiel auch um den Tierpark und welche Rolle dort der Artenschutz spielt. Eine besondere Auszeichnung zur Umweltwoche bekommt der Branitzer Park. Genauer gesagt nur ein Baum. Das ist dann aber die dickste Robinie Deutschlands. Die Stiftung Hückler und Schloss Branitz hatte zu Besuch die Dendrologische Gesellschaft Deutschlands. Und dort ein Professor, der dort sehr führend ist. Und die sind durch den Außenpark gelaufen und haben auf einmal gesehen, was habt ihr denn hier für eine Robinie? Sowas gibt es ja in Deutschland gar nicht wieder. Und jetzt haben wir einen Champions-Tree. Und wir werden zur Umweltwoche diesen Baum, der kriegt dann die Eule dort dran, ist zum Naturdenkmal erklärt worden durch die Stadtverordneten. Dafür haben wir uns verwendet und das werden wir zünftig begehen. Etwa 15 verschiedene Veranstaltungen sind für die nächste Woche geplant. Ab Mittwoch geht es los. Neben den neuen Sachen sind auch die Klassiker wieder vertreten. Zu denen gehört zum Beispiel die Preisverleihung des Kinder- und Jugendumweltwettbewerbs. Hierfür haben sich die Schüler schon im letzten Jahr beworben. Zum Abschluss läuft dann auch wieder der Familienaktionstag am Bootshaus in Sandow. Dort wird am Sonntag die Umweltwoche beendet. Das Beste, an allen Veranstaltungen kann jeder kostenlos teilnehmen. wenn die Angst erinnert und die Sequenlichkeit auf den Weg geben ... eigentlich ist das Beste, Aber mit dem Schlechern war dann auch noch nicht ein bisschen erinnert. Es war ein Problem. Ein solches sein – das Beste der Leere.